Heinrich XIV. Fürst Reus' jüngere Linie, Graf und Herzoglauen, Herzogreiz, Kranichfeld, Gera, Schleitz und Lobenstein regierte als Fürst Reus' jüngere Linie vom 11. Juli 1867 bis 15. Oktober 1908 und als Regent von Reus' ältere Linie vom 19. April 1902 bis 15. Oktober 1908 leben. Heinrich XIV. war der älteste Sohn von Fürst Heinrich X67. Reus' jüngere Linie und der Prinzessin Adelheid Reus zu Ebersdorf, Tochter von Fürst Heinrich X51. Reus zu Ebersdorf. Heinrich besuchte das Gymnasium in Meiningen und wurde am 23. März 1850 Sekund der Leutnant im Fürstlich-Reus'ischen Bundeskontingent, wo er für einige Monate praktischen Dienst leistete. Ab Ende Oktober 1850 studierte er an der Universität Bonn Geschichte und Rechtsgeschichte. Am 9. August 1853 trat Heinrich in preußische Dienste über und war bis zu seiner Verabschiedung am 27. Juni 1859 im 1. Garderegiment zu Fuß tätig. Er stand a la suite der Armee und bekleidete zuletzt den Dienstgrad als General der Infanterie. Heinrich war außerdem Chef des Jägerbataillons Nummer 4 sowie in der sächsischen Armee Chef des 2. Jägerbataillons Nummer 13. Als Regent von Reus' ältere Linie beendete er die reichsfeindliche Ausrichtung der Politik und löste alle reichsfeindlichen Einrichtungen auf. 1869 stiftete er das Fürstlich-Reus'ische Ehrenkreuz, den Reus'ischen Hausorden. Er stand unter der Regentschaft seines Sohnes Heinrich der 27. Vom 15. Oktober 1908 bis 29. März 1913. Ehen und Nachkommen Heinrich der 14. heiratete am 6. Februar 1858 in Bad Karlsruhe Prinzessin Agnes von Württemberg, Tochter des Herzogs Eugen von Württemberg und der Prinzessin Helene zu Hohenlohe-Langenburg. Das Paar hatte zwei Kinder, Heinrich der 27. Lehmniskarte 11. November 1884 in Langenburg Prinzessin Elise zu Hohenlohe-Langenburg. Elisabeth Lehmniskarte 17. November 1887 in Gera Prinz Hermann zu Solms-Braunfels. Am 14. Februar 1890 heiratete Fürst Heinrich der 14. In Leipzig in Morganatischer Ehe Friederike Gretz, die als Frau von Seilburg am 28. Mai 1890 in den Adelsstand erhoben wurde. Mit ihr hatte er ein Kind, Heinrich Freiherr von Seilburg-Lemniskarte 23. und 20. April 1924 in Hamburg Margarete Grönwold. Untertitelung des ZDF für funk, 2017